Es ist richtig was los in Berlin, deswegen nachgefragt bei Christine Dankbar von der Berliner Zeitung. Grüße Sie dort. Guten Morgen aus Berlin. Ja, also sieht man eigentlich Gerhard Schröder ab und zu in Berlin oder ist er eigentlich gar nicht da und er braucht nur Büros für einen eigenen Status? Also ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, er ist auch gar nicht so viel in Berlin, aber das trifft für andere ehemalige Kanzler und Bundespräsidenten auch zu, muss man sagen. Aber die aktuelle Kanzlerin, also die aktuelle Ex-Kanzlerin, so muss man es ja sagen, die ist schon viel in ihrem Büro. Die hat ja auch eine üppigere Ausstattung, muss man ja auch sagen, oder? Ja, das stimmt. Angela Merkel hat neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugesprochen bekommen vom Haushaltsausschuss. Es ist nämlich so, dass es für die ehemaligen Bundeskanzler, also die Altkanzler, keinen rechtlichen Anspruch auf eine Ausstattung gibt oder überhaupt nur auf ein Büro gibt. Das entscheidet immer der Haushaltsausschuss des Bundestages. Und da gab es 2019 eine Neuregelung, dass es eigentlich nur fünf Mitarbeiter pro Altkanzler mehr sein sollte, traf aber nicht für Angela Merkel zu. Die bekam noch neun und alle anderen, also wenn Olaf Scholz mal ausscheidet, dann bekommt er nur fünf Mitarbeiter. Und ob Gerhard Schröder heute sein Büro sozusagen wieder zugesprochen bekommt, das ist durchaus strittig, weil man eben einfach nicht weiß, ob, also weil es eben, wie gesagt, keine gesetzliche Grundlage dafür gibt. Ja, und ob man einen Lobbyisten braucht, der sich für Deutschland irgendwie ins Schaufenster stellt. Das ist ja gerade nicht das Argument gewesen, mit dem man das aberkannt hat. Aber es ist natürlich der Subtext, der da steht. Das wahrscheinlich, was bei Ihnen auch in der Zeitung dann entsprechend kommentiert wird, nehme ich mal ganz stark an. Exakt. Und die Frau Merkel hat ja gestern wieder gezeigt, dass sie in Berlin was zu tun hat, hat nämlich Herrn Obama getroffen. Ach, schau an, Obama in der Haus in Berlin. Ist was los, oder, bei Ihnen? Genau. Ja, das war mehr so ein bisschen amerikanisches Entertainment, würde ich sagen. In der Mercedes-Benz Arena hat Obama die typischen inspirierenden Reden und Sprüche gehalten, die man von ihm kennt. Und zuvor hat er, wie er auch gesagt hat, mit einer Freundin zu Abend gegessen, nämlich mit Angela Merkel. Das war, glaube ich, schon am Dienstagabend. Und danach, am Mittwochabend zuvor, hatte er mit Olaf Scholz auch ein Abendessen. Also das ist durchaus gleich verteilt. Und er hat auch so ein bisschen zu erkennen gegeben, als ob er so ein bisschen die gleiche Sympathie für beide hat. Seien zwei in unterschiedlichen Parteien, teilten aber die gleichen Prinzipien, hat er erzählt. Er hat aber nicht Herrn Söder getroffen, oder? Und hat ihn überzeugt davon, No zu sagen, kein Kanzlerkandidat zu werden? Nein, Markus Söder hat das quasi alleine geschafft, No zu sagen. Allerdings ist das für den gestrigen Tag der Fall gewesen. Also gestern hat Markus Söder gesagt, er steht nicht für eine Kanzlerkandidatur zur Verfügung. Ich weiß nicht, was er morgen sagt. Ich weiß nicht, was er nächste Woche sagt. Ich weiß nur, was Armin Laschet zu dem Fall sagt. Er sagt, Markus Söder sagt morgens das eine und am Abend sagt er das Gegenteil. Also können wir durchaus auch noch mit Überraschungen rechnen. Mit spitzer Zunge, ne? Also das lassen wir mal so stehen. Er hat ja leidvolle Erfahrungen gemacht in der Konkurrenz um die Kanzlerkandidatur. Ja, das kann man wohl so sagen. Also kein Mitleid mit allen Beteiligten, aber so ist es nun mal. Wir müssen über ein Thema reden, was da sich irgendwie in diesem Regierungsviertel breit macht, das mit der Überschrift Vetternwirtschaft zu beschreiben wäre. Gibt es da irgendwie neueste Erkenntnisse im Wirtschaftsministerium, wer da mit wem verwandt ist und deswegen einen Job bekommen hat? Also es ist wohl so, dass diese aktuelle Personalie und da fällt es mir wirklich schwer an den Irrtum zu glauben, schon also wirklich nicht besonders in Ordnung abgelaufen ist, sagen wir es mal so und deswegen ja auch wiederholt werden sollte. Es geht dabei um die Ausschreibung des Chefs für die Dena, die Deutsche Energieagentur. Das ist eine bundeseigene Firma oder Think Tank, wenn man so will. Deswegen ist da das Wirtschaftsministerium involviert. Wir haben es hier, wie gesagt, mit einer Spitzenpersonalie zu tun und das ist eine sehr kleine Auswahlkommission. Da muss man sich vorstellen, dass zusammen mit dem Bewerber insgesamt vielleicht vier oder fünf Menschen in einem Raum sitzen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es nicht aufgefallen sein soll, dass Patrick Greichen, der als Staatssekretär da mit drin saß, den Bewerber nicht geduzt hat. Also wenn man sich da unterhält, dann merkt man das doch. Und dann stellt man doch mal die Nachfrage, ah, Sie kennen sich von früher oder ihr kennt euch von früher. Falls er ihn gesitzt hat, dann war das ja sogar eine richtige Täuschung, wenn man so will. Tatsache ist jedenfalls, dass es im Wirtschaftsministerium heißt, das sei ein Irrtum gewesen und man würde jetzt diese Personalie eventuell nochmal neu aufrollen. Aber ich finde schon, dass das, ja, also das hat schon sehr den Geruch von Väternwirtschaft, muss man sagen. Weil Herr Greichen ist ja quasi von Familienmitgliedern umzingelt. Dass Institute, angegliederte Institute, nicht direkt im Wirtschaftsministerium angesiedelt, aber angegliederte Institute, da arbeiten Geschwister von ihnen. Also man kennt sich und man versteht sich, sagen wir es mal so. Schön formuliert. Aber wo ist denn jetzt die Moral hin bei den Grünen? Also nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein CDU-Minister, der oben drüber sitzt, der würde da schon zum Rücktritt gedrängt, oder? Sicherlich und wahrscheinlich auch zuallererst von grünen Politikern, sagen wir es mal so. Ich würde sagen, es handelt sich hier ganz klar um grünen Filz. Und grüner Filz ist nicht besser als roter Filz oder schwarzer Filz. Es gibt eben den Filz in allen Parteien. Das kann man jetzt hier, glaube ich, schon mal festhalten. Halten wir mal so fest. Die Frage ist, wie es denn woanders ist. Und wir schauen neuste Meldungen ins Verteidigungsministerium. Da gibt es irgendwie auch seltsame Jobvergaben bei Spitzenämtern, oder? Naja, das Verteidigungsministerium ist ja sozusagen ein Fall an sich. Also das ist ein riesengroßer Apparat. Und die Vorgängerin von Boris Pistorius, Christine Lambrecht, hat sich da nicht so recht rangewagt. Also ich will jetzt nicht sagen, man kann es ja nicht verdenken. Aber es ist wirklich eine riesengroße Aufgabe. Boris Pistorius ist ein Mann, der Regierungs- und Verwaltungserfahrung hat. Und der hat wohl auch mit den Augen gerollt, als er das Organigramm seines Ministeriums gesehen hat, dass er nach Spiegelinformationen überhaupt nicht verstanden haben soll. Also das heißt, er organisiert um. Und dass in einem Haus von 2500 Mitarbeitern, und da haben wir die von der Bundeswehr-Beschaffungsstelle noch gar nicht mitgezählt, dass da sieben Stellen vielleicht mal ausgeschrieben werden ohne Ausschreibung, das kann man schon vorstellen, dass das sozusagen durchrutscht. Aber es ist natürlich keine Entschuldigung. Kann man das als Blackbox bezeichnen? Ich würde sagen, ja, eigentlich schon. Also ich habe mal mit einem, kurz nachdem der Regierungswechsel war, mit einem Spitzenmitarbeiter gesprochen. Da hatte ich sehr stark den Eindruck, dass er auch noch dabei ist, sich erst mal zurechtzufinden. Also es sind schon relativ schwierige Doppelstrukturen auch. Dann gab es immer wieder Auslagerungen. Es gab Ausprivatisierungen. Und Ursula von der Leyen, die ja auch mal Verteidigungsministerin war, die hat ja nicht von ungefähr Fachleute von außen, von McKinsey herangezogen, um diese ganze Struktur aufzuarbeiten. Aber die sind ja auch gescheitert. Ja, das Gute ist, Blackboxes werden irgendwann ausgelesen. Irgendwann. Für heute sage ich ganz herzlich Dankeschön. Christine Dankbar von der Berliner Zeitung. Ich danke Ihnen. Tschüss.